Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aktien-Show. Im heutigen Podcast geht es um BASF und eine Einschätzung von Bärenberg. MSC will investieren, Airbus plant ein Wartungszentrum. Warta sieht erste Anzeichen einer Entspannung. Es gibt im Übrigen auch noch zusammengefasste News zu Aktien rund um Israel bzw. auch um den Ölpreis. Und zu guter Letzt geht es um Volkswagen und Omicor. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an und zwar mit BASF. Denn die Privatbank Bärenberg hat das Kursziel von BASF gesenkt von 50 auf 45 Euro. Die Einstufung bleibt fürs Erste bei Holt. Es ist so, dass der Chemiekonzern wohl innerhalb der nächsten zwei Wochen die Prognosen für das operative Ergebnis in diesem Jahr senken wird. So zumindest der Analyst. Außerdem ist die Dividendenrendite zwar sehr hoch, allerdings ist es natürlich so, dass nicht gedeckte Dividenden, also vom Gewinn her nicht gedeckte Dividenden, kein Grund seien, diese Werte zu halten. Und das könnte auch wieder dazu führen, dass die Aktie weiter abschmiert. Kommen wir mal zur nächsten Aktie und zwar zur HALA bzw. zu MSC. Denn MSC möchte gerne am Hafen Wachstumsgeschichte schreiben. Man plant das Ganze zumindest laut MSC. Man möchte gerne zusätzliche Umschlagmengen nach Hamburg bringen. Außerdem möchte man die Erfahrung, Investitionen und Innovationskraft einbringen. So zumindest MSC. Man ist sich auch dem bewusst im Übrigen, dass dort Diskussionen geführt werden, dass es kein einfacher Einstieg ist. Allerdings sieht man sich selbst als der perfekte Kandidat, der halt eben auch noch sehr, sehr viel ändern kann und auch mit den Investitionen sehr viel ändern wird. Es gibt auch noch jemand anderen, der investiert und zwar der Flugzeughersteller Airbus bzw. vor allen Dingen Airbus Defense & Space. Die bauen nämlich am Militärflugplatz in Wunsdorf bei Hannover ein neues Wartungszentrum und zwar für den Transportflieger A400M. Der Spatenstich wird am heutigen Tag um 13 Uhr sein, also ungefähr wenn der Podcast hier veröffentlicht wird. Dabei werden dann auch der Verteidigungsminister unter anderem dabei sein, aber auch Niedersachsens Ministerpräsident. Das Wartungszentrum soll bis 2027 auf einer Fläche von 125.000 Quadratmetern direkt neben dem Fliegerhorst in Wunsdorf entstehen. Dort sollen dann alle A400M der Bundeswehr auch gewartet werden. Im Übrigen sind dort auch alle A400M der Bundeswehr stationiert. 300 neue Stellen sollen dort geschaffen werden. Das Unternehmen hat auch nochmal bestätigt, dass die Kosten im niedrigen dreistelligen Millionenbereich liegen werden. Kommen wir zu Vata, denn es ist so, dass Vata die ersten Anzeichen einer leichten Erholung sieht. Im Juli und August gab es das erste Mal seit ich hier bin leicht steigende Kunden-Forecasts, so der Vorstandssprecher Markus Hackstein. Allerdings wisse man noch nicht, ob das Ganze auch anhaltend sei. Traditionell ist es so, dass das Unternehmen im zweiten Halbjahr generell zwei Drittel des Umsatzes erzielt. Und er hat auch nochmal gesagt, dementsprechend wird das zweite Halbjahr in jedem Fall viel besser laufen als das erste Halbjahr. Denn dort sah es auch noch relativ düster aus. Auch hat man aber nochmal erwähnt, dass man eben in einer Restrukturierung ist und diese auch noch mehrere Jahre dauern wird. Das ist halt eben nichts, was so schnell geht. Dementsprechend ist es halt eben so, dass man weiter auch noch ein bisschen knabbern muss, weil dieser Umbau halt natürlich nicht einfach geht, dass man ein paar Punkte hin und her schiebt und dann direkt wieder Wachstum hat. Sondern man muss dafür natürlich auch investieren, auch zum Beispiel noch für Stellenabbau. Kommen wir mal zu ein paar News aus Israel oder die mit Israel zu tun haben. Fangen wir mal ganz kurz mit der Lufthansa an, denn man hat hier tatsächlich die Flüge nach Israel reduziert, weil es eben nicht mehr ganz so sicher ist. Die Swiss, also die Fluggesellschaft Swiss, setzt die Flüge nach Israel zumindest Punkt jetzt komplett erstmal aus, weil es einfach so ist, dass man Sicherheitsbedenken wegen der unklaren politischen Lage hat. Allerdings gibt es auch durchgehend Prüfungen, wann das Ganze dann eben wieder vorangehen kann. Die Rüstungsaktien profitieren natürlich extrem, unter anderem Rheinmetall mit über 6% plus, aber auch zum Beispiel Hensold mit 12,16% plus. Da muss man natürlich einfach sagen, es könnte natürlich sein, dass dann weiter aufgerüstet wird und davon würden diese Unternehmen natürlich extrem profitieren. Was allerdings auch gar nicht gut für den Gesamtmarkt ist, jetzt mal unabhängig von der Situation, ist noch der Ölpreis, denn die Ölpreise machen nochmal einen ordentlichen Satz nach oben. Das liegt ganz einfach daran, dass man relativ viel Angst davor hat, dass der Iran Öllieferung einstellen könnte und damit würde der Ölpreis dann halt eben nochmal teurer werden. Ein Analyst hat nochmal gesagt, dass es eventuell zu Knappheiten bzw. Unterbrechungen der Lieferungen aus dem Iran kommen könnte und das wiederum könnte dazu führen, dass das Brand Future kurzfristig auf über 100 Dollar pro Barrel kommen könnte, so zumindest der Analyst von der Commonwealth Bank of Australia. Aktuell liegt der bei rund 86,65 US-Dollar und damit übrigens auch fast 5% höher als noch am Vortag bzw. am Börsenschluss von Freitag. Und damit geht es jetzt auch zu unserer letzten Nachricht und zwar zu Volkswagen, denn Volkswagen und Omicor errichten eine Produktionsstätte in Polen. Omicor hat dort bereits eine Produktionsstätte. Die Anlage von Volkswagen soll nun direkt daneben errichtet werden. 2025 soll die Produktion anlaufen, bis 2030 sollen dann 900 Arbeitsplätze entstehen. Insgesamt werden 1,7 Milliarden Euro investiert. Polen fördert übrigens die Ansiedlung mit gut 350 Millionen Euro. Damit möchte man sicherstellen, dass man eben günstig Batteriebestandteile für Elektrofahrzeuge bauen kann und diese sollen dann halt eben wieder dazu führen, dass man auch relativ günstig Elektrofahrzeuge an den Mann bringen kann. Die sind ja aktuell noch relativ teuer, gerade im Verhältnis gesehen. Ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Das würde uns auf jeden Fall freuen und damit sage ich danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.